Als Gusto-Botschafterin und ehemalige Siegerin bin ich natürlich sehr gespannt, wer Gusto 22 wird gewinnen. Morgen findet in Baden-Zwett-Kochen statt und wir halten euch auf Facebook auf dem Laufenden. Die grosse Show mit Siegerehrung findet am Freitagabend statt. Du kannst live dabei sein auf transgourmet.ch.gusto Ich freue mich, wenn auch du dabei bist. Bis bald!